Hallo und herzlich willkommen. Heute also steigen diese beiden Mannschaften ein in die Gruppenphase im Champions Cup. Und sie werden natürlich versuchen, gleich ein Zeichen zu setzen und gut in die Gruppe zu starten. Wer wird sich hier durchsetzen, deiner Meinung nach? Und die Chance! Max Kruse! Fällt das Tor doch noch! In der heutigen Partie spielt Werder Bremen gegen Atletico Madrid. Gnabry. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, da geht er vorbei. Und jetzt der Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Jetzt vielleicht. Und da klingelt es im Kasten. Klasse herausgespielt und dann lässt er sich die Chance natürlich nicht nehmen. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Da hat er super reagiert, ganz im Gegensatz zur Abwehr. Einfach den Tick wacher. Wir schauen kurz auf die Uhr. Sieben Minuten hat es nur gedauert. Jetzt vielleicht. Den hält er super. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Nun Gaetan. Nun Gaetan. Gamero. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Seferovic. Das könnte gefährlich werden. Und damit ist der Ball weg. Jetzt Hohan fahren. Guter Ball nach draußen. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Seferovic. Manchmal sieht es bei ihm so aus, als hätte er nicht so richtig Lust. Oder Buschi? Insbesondere war er nach hinten. Drücken wir es vor. Und jetzt die Chance. Klasse gehalten. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. Da nimmt er überhaupt keine Rücksicht auf den Gegenspieler. Er sieht gelb, aber damit ist er sogar noch ganz gut bedient. Jetzt versuchen sie es hier. Atletico Madrid. Und da verlieren sie den Ball. Steil gespielt. Gute Idee. Und jetzt die Chance. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Das gibt einen Eckball. Seferovic. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Jetzt geht er. Da trennt er ihn fair vom Ball. Gut verteidigt hier. Gebt Einwurf. Geht weiter hier. Schneller Einwurf. Es gibt Freistoß. Und das könnte gefährlich werden. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Der Ball wurde gut weggefaustet. Das könnte der Gelegenheit werden. Erneut der Ballbesitz von Atletico Madrid. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt der Schuss. Souverän gemacht vom Torwart. Da steht die Abwehr sicher. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jetzt gibt's einen Einwurf. Gut aufgepasst und abgefangen. Wie sieht das Wetter aus, Buschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell. Und da rutscht ein Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Gut gemacht da draußen. Da passt er auf und hat den Ball. Gamero. Gamero. Das könnte gefährlich werden. Super durchgesetzt. Da kann er ihn stoppen. Wird das was? Es gibt noch zwei Minuten oben drauf. Tolles Tackling von ihm. Geht jetzt was für Atletico. Fernando Torres. Den Ball hat er. Zur Pause steht's einst. Wir sind rechtzeitig wieder zurück zur zweiten Hälfte in diesem ersten Gruppenspiel in der Königslasse. Ja, er rollt hier wieder weiterhin viel Vergnügen. Macht er ihn. Weiter gefährlich. Einwurf jetzt. Ganz schnell ausgeführter Einwurf. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Jetzt versuchen sie's hier. Atletico Madrid. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torschance zu kommen. Atletico Madrid kriegt den Vorteil. Wird's jetzt gefährlich. Und da verlieren sie den Ball. Den spielt er in den Lauf. Und jetzt die Chance. Gute Aktion vom Torhüter. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Den Ball leitet er weiter. Freistoß gibt's. Aber vielleicht auch eine Verwarnung. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Junosowitsch. Ein fantastisches Tor. Sie sind das bessere Team heute. Und auch dieser Treffer ist verdient. Und da spielen die beiden hier clever aus. Da bleiben sie cool. Gutes Abspiel. Und dann natürlich kein Problem. Und damit ist der Ball weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt vielleicht. Junosowitsch. Der Pass. Stark gemacht. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Und das war schon sein drittes Tor heute. Er gewinnt das Ding fast im Alleingang. Sie bekommen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Spätestens jetzt wird's eine ziemlich klare Angelegenheit. 3 zu 0. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Und jetzt mal Atletico Madrid mit dem Ball. Gut verteidigt hier. Er läuft ja den Wechsel neuen Farben auf. Und zwar in denen des SSC Neapel. Ach, ganz ehrlich. Ich freue mich unglaublich für ihn. Und ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Gamero. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch. Dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Das könnte die Chance werden. Atletico kann hier den Ball zurückerobern. Gucke jetzt. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Er steht gut und hat den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Nun Gaetan. Er versucht's. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste. Aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Gutes Take-Ning. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Hat er keine Wahl. Er muss rot gehen. Klare Notbremse. Richtige Entscheidung. Er bringt den... Er macht ihn nicht rein. Das war eine gute Chance. Ja, er trifft ihn ordentlich. Eine ganz knappe Sache. Der Abstoß direkt zum Gegner. Und jetzt die Chance. Das muss es doch sein. Der Ball ist drin. Jetzt können sie die Überzahl hier nutzen. Und das machen sie gut. Ist ja auch nicht immer so. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Klasse Einsatz von Godin. 3-1 also. Kurz vor Ende der Begegnung. Gegen wen geht's als nächstes? Der nächste Kontrahent von Werder Bremen heißt VfB Stuttgart. Mit einer Leistung wie heute. Da könnten sie sich erneut Hoffnungen auf einen Erfolg machen. Klasse Einsatz. Aber kommt er auch an den Ball. Das macht er gut. Fällt jetzt ein Tor. Seferovic. Und Tor. Da haben sie sich klasse durchkombiniert. Und dann war er plötzlich ganz frei. Und so eine Chance nutzt er dann. Ist ja klar. Ein weiteres Tor. Kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nie mehr sagen. Oder Buschi? Ne, Wolf. Der Deckel war vorher drauf. Klar. Freistoß gibt's. Und vielleicht noch mehr. Die gehen heute schon ziemlich hart rein. Wieder eine Verwarnung. Und dabei sind sie schon in Unterzahlen. Ja, da muss jetzt auch irgendwas vom Trainer draußen an der Seitenlinie kommen. Die müssen kühlen Kopf bewahren. Gleich bringt er die Ecke rein. So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels. Und die Fans geben nochmal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft nochmal pusht. und sie nach vorne spielen werden. Jairovic. Da kann er ihn stoppen. Jetzt versuchen sie's hier. Atletico Madrid. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. So, jetzt ist es aus. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020